Musik Mutters, muttersklasse, es war ein richtig schöner Abend, es war ein tolles Publikum, schöne, nette, intime Atmosphäre. Genau so. Ja, vielen Dank für Stefan und Dennis Brüben, für die, die neu sind, neu dazugekommen sind, willkommen heute noch kurz. Janik, bist du bereit? Jo. Willkommen am Gruppe und Franz Konzert, das war Stefan aus Hannover, Rented Room. Als nächstes präsentiere ich einen Musiker, auch aus Hannover, der, den ich schon länger kenne, als ich oder er Musik machen, glaube ich, mit dem ich auch gerne meinen Bonn-Steppen-Kausse-Musik mache. Ja, genau, Valentin Grazer, den letzten kann ich, glaube ich, selber erzählen. In der Ruhe liegt die Kraft. Nach Valentin Grazer haben wir noch Janik Nouveau auf jeden Fall, der wird dann noch mal ziemlich abrocknen und irgendwann am Ende dann mich, mal gucken, was ich mache, ich weiß das noch nicht so genau. Und mal gucken, vielleicht jammen wir nachher noch ein bisschen alle zusammen auf der Bühne, das kommt drauf an, wie sich der Abend noch so entwickelt und wie der Vibes hier sind, und wie viele Leute da sind, und wie lange ihr alle hier seid. Bist du soweit? Ja. Okay, dann bin ich fertig geladen. Weil es die Grazer hat. Dankeschön. Vielen Dank. Ich flieg so durch die Straßen und der Stad, ich bereit zum Überleg, ich flieg ja, los weg. Du kannst mir noch geben, was ich brauche, du hast mich doch nehmt, noch gebildet, du hast sie in meinem Leben. She is the one, this is wonderful, I will you to live in, I will you. Das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. 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 Das ist die Wahrheit.